Wisst ihr eigentlich, was ein NAS bzw. NAS ist? Nein? Dann solltet ihr unbedingt dranbleiben. Hallo und willkommen zu einem neuen Tipps-Video. Ja, ich nenne es jetzt mal Tipps-Video, wobei es auch so ein halbes Review-Video ist. Es ist tatsächlich jetzt relativ schwer einzuordnen, aber das finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Denn heute gibt es nur ein einziges Thema, nämlich NAS-Systeme von Synology. Und Synology ist damit auch gleichzeitig natürlich der Sponsor dieses wunderbaren Videos hier. Und ich habe mich wirklich sehr über diese Kooperation gefreut, da ich nämlich schon seit Jahren ein Synology NRS nutze und sehr damit zufrieden bin. Und das steht genau hier hinten. Daher kann ich auch in diesem Video wieder ohne schlechtes Gewissen sagen, ja, das Video wurde natürlich gesponsert. Meine durchwegs positive Meinung, die ist aber überhaupt nicht gekauft, sondern da stehe ich komplett hinter. Worum geht es denn jetzt genau? Ich möchte euch heute einfach mal die Möglichkeiten eines NAS-Systems von Synology vorstellen. Was ist eigentlich ein NAS und wofür kann man es eigentlich nutzen? Denn viele denken, so wie ich früher auch mal dachte, ach, kommt schon, mehr als so eine externe USB-Festplatte ist ein NAS doch auch nicht. Ja, erstmal zum Begriff NAS-NAS. Wofür steht dieser denn eigentlich? Ausgestreben ist es ein Network Attached Storage und heißt übersetzt Netzgebundener Speicher. Ja, und ganz genau, das ist ein NAS ja auch. Eigentlich ein Server für zu Hause und gar nicht mal so anders als irgendwelche großen Firmen-Server, die zum Großteil natürlich auch nur dazu gedacht sind, Daten für alle Mitarbeiter bereitzustellen. Nur halt in klein und hier natürlich zum Beispiel auch deutlich günstiger. Sinnvoll halt, wenn du mit all deinen Geräten zu Hause oder auch unterwegs auf deine Daten zugreifen willst. Denn wenn zum Beispiel alle Daten nur auf der Festplatte deines PCs sind, ja, dann ist das in der Regel halt nicht möglich. Mit einem Synology NAS hast du aber ein komplettes System mit allem drum und dran. Also die komplette Hardware mit CPU, ohne dass du selbst irgendwas zusammenstellen musst. Dir bleibt eigentlich nur die Wahl, welches NAS du jetzt eigentlich kaufen willst. Wie viel Speicherplatz bzw. Einschübe für Festplatten benötigst du? Wie viel Geld steht dir zur Verfügung? Wie schnell soll das NAS eigentlich sein? Wirst du virtuelle Maschinen nutzen? Und so weiter und so weiter. Denn ihr habt es sicherlich schon rausgehört, ein NAS ist viel mehr als nur ein reiner Netzwerkspeicher für Daten. Theoretisch könnte man natürlich auch den heimischen PC dazu nutzen. Aber allein aufgrund des enorm hohen Stromverbrauchs fällt diese Option eigentlich in der Regel als Dauerlösung aus. Denn NAS-Systeme brauchen nur einen Bruchteil dieses Stroms. Und das ganz große Plus eines Synology NAS ist natürlich ganz klar die Software. Denn diese ist wohl jetzt ohne zu übertreiben die ausgereifte Lösung am Markt. Aber der Reihe nach. Wie komme ich denn jetzt nun überhaupt an das richtige NAS-System für mich? Dazu ruft ihr am besten den NAS-Berater von Synology auf. Hier wird dann abgefragt, wofür ihr euer NAS eigentlich nutzen wollt. Ob ihr jetzt als Dateiserver, zur Datensicherung, als Multimedia-Hub oder wollt ihr eventuell eine oder mehrere virtuelle Maschinen nutzen. Danach werdet ihr dann nach der Nutzeranzahl gefragt. Ja, mehr als 5 sollte ja eigentlich nicht die Regel sein. Und schon bekommt ihr entsprechende Vorschläge. Und in diesem Fall zum Beispiel auch die Diskstation DS220 Plus, die ich hier gerade stehen habe. Das ist nämlich ein ziemlich kleines Einsteiger-Nas-System für kleines Geld, das dem großen System aber eigentlich kaum hinterherhängt. Etwas langsamere CPU, etwas weniger Speicher und das entscheidendste Merkmal nur zwei Einschübe. Für den kleinen Heimserver zu Hause reicht das hier aber vollkommen aus. Es ist nämlich alles an Bord, was an NAS braucht. Eine schnelle CPU, gleich zwei 1-Gigabit-Netzwerkanschlüsse und die Möglichkeit, die Festplatten im RAID laufen zu lassen. Also hat man die Wahl zwischen mehr Speicherplatz, dafür aber weniger Datensicherheit oder weniger Speicherplatz und hohe Datensicherheit oder wenig Speicherplatz und noch höhere Performance. Wobei ich auch im RAID immer nur eins empfehle, auch wenn ihr je nach RAID-Level eine hohe Datensicherheit gewährleistet ist, sollten wichtige Daten auch weiterhin natürlich extern gespeichert werden. Und sobald ihr das NAS zu Hause habt, kann es dann auch schon angeschlossen werden. Festplatten werden übrigens natürlich nicht mitgeliefert. Es gibt aber entsprechende Bundles. Hier empfehle ich aufgrund meiner persönlichen Erfahrung unbedingt spezielle NAS-Festplatten zu nutzen. Ich selbst nutze hier gerne die Western Digital Reds. Die hatte ich nämlich bisher noch keinen einzigen Ausfall. Beim DS220 Plus gestaltet sich der Einbau einer Festplatte denkbar einfach. Einfach den Schlitten hier herausziehen, die Festplatte entsprechend einlegen, gucken, ob dieser auch korrekt sitzt. Ja, und das Ganze dann einfach wieder hereinschieben. Zack, fertig. Dann wird die DS220 Plus angeschlossen. Strom- und Netzwerkkabel, mehr ist da gar nicht nötig. Und die Software der Distration installiert sich dann auch ganz von allein. Und gesteuert wird die Distration ausnahmslos natürlich bei Browser-Zugriff. Hier einfach in den Netzwerkbereich eures PCs gehen und dort auf die DS220 Plus klicken und dann einloggen. Und nach so ein bisschen Sucherei in den einzelnen Ordnern findet sich hier eigentlich jeder ganz gut zurecht. Alles ist wirklich sehr intuitiv aufgebaut. Auch die File Station ist sehr simpel zu bedienen, um die Dateien direkt auf der Distration zu verschieben, ohne halt den Umweg über das Netzwerk gehen zu müssen. Das zeitaufwendigste ist nun die Integration der Festplatten. Denn diese müssen überhaupt erstmal jetzt vorbereitet und natürlich auch unbedingt geprüft werden. Und das dauert je nach Größe natürlich dann auch mal mehrere Stunden. Nehmt euch also unbedingt genügend Zeit. Und sobald die Festplatten dann eingebunden sind, kann der NAS Spaß dann endlich auch losgehen. Ihr erstellt Laufwerke und könnt diese dann als Netzlaufwerk nutzen und dort von überall aus zugreifen. Auch eine riesige Software-Bibliothek steht euch mit Synology DSM zur Verfügung. Ob Antivirus, Cloud-Server, Audio-Station, Video-Station, diverse Backup-Lösungen, Mail-Server, VPN. Das Angebot ist enorm groß und mit der Grund, warum Synology NAS-Systeme halt so beliebt sind. In der Systemsteuerung könnt ihr euren NAS dann so konfigurieren, wie es euch beliebt. Aufgabenplan, Zeitsteuerung für die Festplatten und das Herunterfahren, Energiesparmodi und natürlich auch die Nutzerzugriffe. Denn nicht jeder muss auf alles zugreifen können, was dort gespeichert ist. Besonders wichtig natürlich für Familien mit Kindern. Wie gesagt, ist die DS220 Plus hier ein Einsteiger-NAS für knapp 340 Euro, das von den Funktionen her aber mehr als ausreichend ist. Mehr braucht der Privatmann oder die Privatfrau zu Hause definitiv nicht. Und selbst ich habe mich ja für ein 4-Bay-System entschieden, damit ich in Sachen Speicher so ein bisschen flexibler bin. Und mein DS415 Play hier läuft nun schon über 5 Jahre absolut problemlos. Und die Software wird weiterhin natürlich auch aktualisiert. So ein NAS ist also auf jeden Fall für viele, viele Jahre nutzbar. Aber natürlich gibt es auch NAS-Systeme am oberen Ende der Preisskala. Also Geräte, die deutlich mehr können, als der Otto-Normal-Monti es eigentlich braucht. Und dazu hat mir Synology dann auch noch das DS1621 Plus reingeschickt. Verdammt schwer das Ding. Angetrieben von einer waschechten 1D Ryzen CPU. Doppelt so viel Speicher wie die kleine Diskstation. Ganze 4 Ladeanschlüsse und glatte 6 Einschübe sorgen für feinsten NAS-Spaß, der man natürlich jetzt nicht unbedingt zum Schnäppchenpreis zu haben ist. Ab 900 Euro ist die DS1621 Plus zu bekommen. Ohne Festblatt natürlich. Die DS1621 Plus hier hat sogar noch diverse Erweiterungsmöglichkeiten, um das NAS-Erlebnis zu beschleunigen. So könnt ihr die Zugriffe mit zwei NVMe-SSDs und dem dann zur Verfügung stehenden NVMe-Cache deutlich beschleunigen. Diese werden hier dann einfach vorne in die entsprechenden Steckplätze gesteckt und geben dann einen ordentlichen Turbo. Genauso wie das zusätzliche 10-Gigabit-Netzwerkmodul. Denn ja, die DS1621 Plus hat sogar noch ein Erweiterungsbord. So ein Monster wie die DS1621 Plus kann sogar noch mit weiteren Einheiten erweitert werden und ist natürlich in allen Belangen deutlich fixer als das kleine DS220 Plus. So schön das auch ist, das ist natürlich einfach too much für den Otto-Normal-Monti. Ich selbst nutze mein NAS-Star ja hauptsächlich jetzt sowieso als Dateiserver für YouTube, für Fotos, Musik und Filme. Es ist einfach fantastisch, wenn man von überall aus darauf zugreifen kann und noch dazu alles blitzschnell funktioniert. Selbst mit meiner alten DS415 Play. Und natürlich gibt es noch viel mehr Möglichkeiten zur Nutzung eines NLS von Synology. Mit Synology Moments kann man zum Beispiel wunderbar seine Fotos verwalten. Oder man nutzt die Video- oder Musikstation zum Streamen von seinen Filmen oder Musik. Selbstständig werden alle nötigen Infos zu den jeweiligen Titeln dann aus dem Netz geladen und dementsprechend verwaltet. Mit das Wichtigste bei einem NAS im Gegensatz zur Alternativlösung ist aber auf jeden Fall die Datensicherheit. Die zum einen mit einem Rate natürlich deutlich erhöht werden kann oder halt mit externen Backups perfekt durchgeführt werden kann. Hierzu gibt es dann auch mehrere Programme, um das Ganze zu bewerkstelligen. So werden dann auch völlig automatisch entsprechende Backups erstellt. Aber denkt dran, die Backups auch außerhalb des NAS zu lagern. Eine tolle Möglichkeit bietet Synology auch mit Synology Drive. Denn damit könnt ihr eure eigene Cloud erstellen, auf die ihr dann von überall aus zugreifen könnt. Inklusive standortübergreifender Dateisynchronisierung. Ihr habt mit einer Synology Diskstation also die Möglichkeit, die normalen nur professionelle Produkte bieten. Okay, nutzen werden sowas Privatleute natürlich vielleicht ein bisschen weniger. Aber ich finde es immer schön, wenn ich weiß, dass ich zumindest die Möglichkeit dazu habe, wenn ich es denn will. Ja und zu guter Letzt kann man natürlich auch noch entsprechende virtuelle Maschinen aufsetzen. Also quasi virtuelle Rechner erstellen, die aber natürlich auf der vorhandenen Hardware hier dann laufen. So ist es zum Beispiel mit der Power der 1621 Plus möglich, einen eigenen Minecraft-Server laufen zu lassen. Wobei die meisten Anwendungsmöglichkeiten von VMM sicherlich eher dem professionellen Bereich zuzuordnen sind. Aber ihr seht schon, es gibt diverse Möglichkeiten, so ein NAS von Synology zu nutzen. Ich selbst möchte nie mehr ohne dieses NAS hier leben, was aber besonders natürlich als Content-Creator auch völlig normal ist. Denn was wäre das an Wiggle, wenn ich meine ganzen YouTube-Daten nur auf einer externen Festplatte hätte? Da ist so ein kleiner Dateiserver ja wirklich Gold wert hier. Und ohne könnte ich definitiv nicht mehr. Ach, einen letzten großen Vorteil an das NAS, den habe ich noch ganz vergessen, nämlich die Lautstärke. Aktuell ist es ja immer noch so, dass für große Kapazitäten noch ganz herkömmliche Magnet-Festplatten wie diese hier genutzt werden. Und das wird auch noch einige Jahre so bleiben. Natürlich könnte ich mir diese jetzt auch direkt einfach in meinem PC dahin im Schreibtisch einbauen. Den Lärm, den diese dann aber verursachen, den will ich auf keinen Fall ertragen. Da steht mein NAS-System hier bei mir auch im Flur und mein PC ist absolut flüsterleise. Denn ja, die NAS-Systeme von Synology, die arbeiten mit recht leisen Lüftern, die bringen aber natürlich relativ wenig, wenn die Festplatten hier halt ordentlich Radau machen. Daher bin ich jetzt auch kein großer Freund davon, so ein System direkt am PC zu nutzen, sondern immer in einem separaten Raum zu platzieren. Zumindest, wenn man so ein bisschen geräuschempfindlich ist, so wie der Monty. So, und ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in die Welt der Synology NAS gewähren. Und natürlich gibt es noch deutlich mehr Distations als nur diese beiden Produkte hier. Für jeden Geldbeutel und für wirklich jede Anwendung ist irgendwas dabei. Allgemein ist aber die unschlagbare DSM-Software. Und falls ihr zuschlagen wollt, klickt auf Vorkauf gerne auf einen meiner Links unter dem Video zu Mindfactory, Amazon, Alternate oder Geizheils. Beim Kauf erhalte ich dann eine kleine Provision ohne irgendeinen preislichen Nachteil für euch. Ja, und selbstverständlich habe ich natürlich auch die Direktlinks zu den genannten Produkten auch mit in die Videobeschreibung gepackt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit eurem Synology NAS. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen und für die angenehme Zusammenarbeit noch an Synology. Bis zum nächsten Mal.